Ihr habt mich all diese Fragen gefragt zum Thema Hormone. Ein Q&A fragt den Gynäkologen und ich freue mich auf die Antworten. Los geht's! Kurz vorab, wie könnt ihr Fragen stellen? Das ist ganz einfach in meinem Community-Tab. Hier auf meinem YouTube-Kanal gibt es einen Bereich Community und genau darum geht es. Wir treffen uns da alle und ich tausche mich mit euch aus. Ich mache manchmal Quizfragen, manchmal gebe ich einfach nur Informationen und manchmal mache ich eben auch Umfragen zu speziellen Themen. Und dann kannst du da einfach deine Frage drunter packen und mit etwas Glück von diesen Fragen werde ich deine rauspicken. So wie auch diese Frage. Wann macht es Sinn, Hormontests beim Endokrinologen zu machen? Zyklus, Tag, Uhrzeit etc.? Wenn man hormonelle Beschwerden hat und sollte lieber ein Blut- oder ein Speicheltest gemacht werden? Ja, eine sehr schöne Doppelfrage. Also, um mal alle abzuholen, die Endokrinologen kümmern sich um die Hormone. Das sind Hormonärztinnen und Hormonärzte. Also, es kommt auf die Fragestellung drauf an. So ein Basishormonlabor, nehmen wir mal Beispiel PCOS wieder, also das polycystische Hormar-Syndrom. Wann macht man das? Zyklus, Tag 3 bis 5 bietet sich da an, weil hier auch viele Hormone einfach auf einem Basisniveau sind. Jetzt wirst du dich fragen, okay, ich habe PCOS, ich habe ungefähr 6, 7, 8 Monate keinen Zyklus mehr gehabt. Deswegen kann ich nicht sagen, wenn ich Zyklus, Tag 3 bis 5 bin, dann ist es wurscht. Dann kann man das einfach mittendrin machen, denn dann giltst du quasi als Zyklusbeginn, weil nicht viel passiert. Da hat man einfach gute Referenzen und gute epidemiologische Daten, dass man weiß, hier und da müssten Referenz- und Normbereiche liegen. Wenn es um das Thema Östrogendominanz geht oder um Progesteronmangel, also die zweite Zyklusphase da ganz, ganz wichtig, dann guckt man auch in die zweite Zyklusphase, um zu schauen, wie steht denn das Östrogen zum Progesteron. Hier gibt es ja auch Wohlfühlbereiche und das ist auch ganz, ganz wichtig. Ein Normbereich, ein Referenzbereich bedeutet nicht gleich, dass es einer Frau auch gut gehen muss. Da gibt es ganz große Unterschiede. Es gibt immer sogenannte Wohlfühlbereiche, die so ein bisschen festgesteckt sind, wie ich dem Video zur Östrogendominanz hier auch mal gesagt habe, wie so die Verhältnisse zueinander sein sollten. Aber es ist auch trotzdem individuell. Also man muss gucken, nicht jeder Bereich ist für jede Frau gleichermaßen mit einem Wohlbefinden verbunden. Blut- oder Speicheltest? Also, beides funktioniert. Im Blut, kann man sich vorstellen, misst man alle Hormone, die eine Drüse absondert. Die aktiven und die nicht aktiven. Es gibt auch andere Moleküle und Globuline, die Sexualhormone zum Beispiel binden können. Und gebundene Sexualhormone sind inaktiv. Wie als ob die in ein Taxi gestiegen sind. Die machen nichts, die sitzen da und werden durch den Körper transportiert. Das macht der Bluttest, also der Serumtest. Der kann alle Hormone, auch die, die im Taxi sitzen, messen. Es gibt also indirekt die Drüsenleistung wieder. Wenn ich jetzt die Drüsenleistung von so einem Eierstock wissen will, dann würde ich einen Bluttest machen. Wenn mich jetzt nur interessiert, wie sind denn die aktiven Hormone, die, die frei sind, die, die wirklich wirken, dann kann man einen Speicheltest machen. Denn eine Speicheldrüse ist nichts anderes als eine Niere. Ja, das klingt jetzt ein bisschen absurd. Ich lasse es mich erklären. Da wird das Blut, wird ähnlich wie bei der Niere, ultrafiltriert. Und was reinkommt, ist nicht das, was hinten rauskommt. Also es kommt alles rein in so eine Speicheldrüse und hinten kommt nur das Ultrafiltrat raus und eben auch aktive Hormone, die, die nicht gebunden sind, die nicht im Taxi sitzen. Möchte ich also wissen, wie sind denn meine aktiven Hormone im Gegensatz zum Beispiel zu der Gesamtleistung der Drüse, dann bieten sich Speicheltests an. Ein kleines Problem bei den Speicheltests ist, oder war es früher, es wird besser, es gab wenig bis schlechte Daten, also Referenzbereiche. Man hatte wenig Erfahrung damit. Man musste erst mal festzurren, gibt es ja ganz andere Werte jetzt auf einmal, was sind denn Wohlfühlbereiche, was sind denn Referenzbereiche. Und dann gab es eine Vielzahl von unseriösen Anbietern aus dem Internet, die einfach nicht viel Erfahrung hatten. Das Labor hatte nicht viel Erfahrung. Jetzt gibt es mittlerweile auch recht erfahrene Labore mit zig Millionen Speichelproben, wo man wirklich jetzt auch gute Daten hat und sagen kann, hier ist ein Referenzbereich. Hallo, das finde ich super. Danke, finde ich auch. Meine Frage ist, kann man seinen Hormonhaushalt regulieren? Wie wäre das machbar? Beziehungsweise worauf in der Ernährung achten? Bin auf eine Antwort gespannt und bedanke mich jetzt schon mal. Also, du hast dir ja die Antwort fast schon selbst gegeben. Ja, man kann seine Hormone regulieren und man kann sie gut beeinflussen. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Es ist leider sehr viel Eigeninitiative nötig, um den Hormonhaushalt langfristig zu beeinflussen. Natürlich gibt es viele Erkrankungen und Stoffwechselstörungen, worauf man nicht wirklich so einen richtigen Einfluss haben kann. Aber, das sei gesagt, die meisten Hormonstörungen, die meisten Zyklusstörungen sind beeinflussbar durch den Lifestyle. Und das ist das, was wir so langsam mal in die Köpfe reinbekommen müssen. Weil die Medizin der letzten Jahrzehnte, das sage ich auch immer wieder, war so ein bisschen, ich habe ein Problem, ich gehe zum Doc und gehe mit einem Rezept oder mit einer Pille wieder nach Hause und irgendwie ist das Problem gelöst. So funktioniert das aber vor allen Dingen in der Frauengesundheit leider nicht. Denn ein Zyklus ist ein träges System und Veränderungen zeigen sich nicht von heute auf morgen, sondern brauchen Zeit. Jetzt wollen wir mal das Thema Ernährung anreißen. Ich werde dazu noch ein gesondertes Video machen, vielleicht noch heute, vielleicht aber auch nächste Woche. Aber es kommt bald, denn Ernährung hat einen immensen Einfluss. Nehmen wir mal zum Beispiel histaminhaltige Lebensmittel. Sagt dir vielleicht nichts, Histamin ist so ein Gewebshormon, sagt man, das triggert Entzündungsreaktionen. Führt also auch zu Schwellungen, wenn du von einer Biene gestochen wirst, etc. Aber auch wenn du Dinge isst, die histaminhaltig sind und du da sehr empfindlich darauf reagieren solltest, dann bringt das die Hormone durcheinander. Warum? Weil Histamin macht am Eierstock, aktiviert einen sogenannten Histamin H1-Rezeptor. Und dieser führt dazu, dass ein spezielles Enzym hochgeschraubt wird, die sogenannte Aromatase, die vermehrt Östrogen bildet. Wenn du also sehr histaminhaltig isst, und das sind reife Käse, Sauerkraut, Tomaten können das sein, alles was so lange gärt zum Beispiel, ist sehr histaminreich. Auch Schokolade leider, das wollte ich dir jetzt eigentlich nicht so an den Kopf schmeißen, aber auch Schokolade ist sehr histaminreich in den meisten Fällen. Und wenn man davon sehr viel isst oder eine Überempfindlichkeit oder sogar eine Unverträglichkeit hat, dann macht man sich selbst eine Störung im Zyklus. Und das beginnt ganz subtil, dass du Veränderungen merkst und du weißt gar nicht so richtig, was ist eigentlich los. Das ist Histamin. Dann nennen wir noch Insulin. Sagt uns allen was. Ich esse Zucker, Insulin wird ausgeschüttet, der Zucker soll verarbeitet werden, also in die Zellen reingeschleust werden. Esse ich viel, vor allem raffinierten und unnötigen Zucker, zum Beispiel in Softdrinks oder auch morgens im Kaffee so zwei Haufen Zucker rein. Denn Insulin hat einen direkten und indirekten Einfluss auf deine Hormone und vor allen Dingen auch auf die sogenannten Androgene. Das sind diese männlichen Hormone und auch hier gibt es, wenn man eine Insulinresistenz entwickelt, vor allen Dingen bei Frauen mit PCO, also dem polycystischen Ovar-Syndrom, dann gibt es einfach Hormonstörungen zugunsten des Östrogens. Also auch hier entsteht wieder so eine genannte Östrogendominanz. Dann zum Beispiel rotes Fleisch. Wenn du sehr viel Fleisch isst, sehr viel Arachidonsäure drin. Arachidonsäure wiederum führt dazu, dass Prostaglandin ausgeschüttet wird, was ebenfalls so ein Gewebsmediator ist, was ebenfalls nicht nur wer Schmerzen macht, sondern auch hormonell Einfluss hat. Stress, brauchen wir nicht drüber reden, habe ich hundertfach hier schon erklärt, was Stress eigentlich mit den Hormonen macht und so weiter und so weiter und so weiter. Also Bewegung, was ja auch gleichzeitig Stressabbau ist und eine ausgewogene und bedachte Ernährung, und da musst du natürlich auch in dich reinfühlen, was vertrage ich gut, was nicht, kann man hier schon Unglaubliches leisten. Das ist fast ein Versprechen, dass man nach drei, vier Monaten positive Veränderungen bemerkt, wenn man es aber auch wirklich diszipliniert durchzieht. Den Wein habe ich ganz vergessen zu erwähnen bei Histamin. Also ja, man kann Hormone beeinflussen, man kann sie regulieren, aber es gehört leider sehr viel Eigenarbeit dazu. Nächste Frage. Ein Vitamin-D-Mangel kann der Auswirkung auf die Fruchtbarkeit haben? Ja, das haben Studien mittlerweile gezeigt. Nicht nur bei der Frau, sondern eben auch bei dem Mann. Nimm Vitamin-D und deswegen habe ich es hier mit reingenommen, nicht als Vitamin, sondern als eine Art Prohormon, was es eigentlich ist, also eine Vorstufe von einem Hormon. Und Vitamin-D hat Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit. Um es kurz zu machen, guck einfach auf deinen Vitamin-D-Spiegel ein bis zwei Mal im Jahr. Also im Herbst ist es so ein Klassiker, dass man guckt, wie starte ich in den Winter rein mit meinem Vitamin-D-Spiegel und wenn man dann quasi aus dem Winter rauskommt, wo stehe ich da? Oder mitten im Winter, um einfach zu gucken, wenn man substituieren muss, bin ich im guten Bereich oder nicht? Ein niedriger Vitamin-D-Spiegel hat Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit und zwar negative Auswirkungen, sowohl bei ihm als auch bei ihr. Mich würde interessieren, wie viel männliche Behaarung bei der Frau normal ist. Habe letztens alle Werte, Testosteron, DHEA checken lassen und alle im Normbereich, das ist immer wieder beim Normbereich, bin ich mit den Haaren um die Brustwarzen, teilweise Haare am Unterbauch, als alleine. Nein, bist du nicht? Genau, das ist wieder der normale Hormonstatus, hier ist auch eine Relation wichtig. Also mich würde auch interessieren, wie ist denn Testosteron oder DHEA zu den anderen Hormonen in dem Verhältnis, das ist ein ganz wichtiges Verhältnis. Aber um das mal kurz zu machen, natürlich gibt es, nehmen wir mal kulturell-genetische Hintergründe, auch einfach den Fall, dass man sehr viel Behaarung hat. Südländische Herkunft hat auch oft mehr Behaarung und dagegen kann man jetzt hormonell erstmal gar nicht so viel machen. Und es gibt aber auch jetzt unabhängig von der ethnischen Herkunft Frauen, die einfach ein vermehrtes Haarwachstum haben, an nicht so schönen Stellen, wie die Gesellschaft einem vorgaukelt, also am Kinn oder eben auch am Bauchnabel rum oder an der Brustwarze. Aber lasst dir mal eins sagen, das ist normal. Ich sehe sehr viele Brüste am Tag und ich müsste schon zählen, wie viele da keine Haare haben. Da müsste man wiederum fragen, werden die weggezupft oder weggemacht? Die meisten haben vereinzelt Härchen auch um den Brustwarzenhof. Das ist völlig normal und auch an der Oberlippe und auch mal am Kinn. Hier ist also wichtig, ist es wirklich ein sogenannter Hirsutismus, also ein vermännliches Haarwachstum oder unterliegt es wirklich der Normvariante bei dieser Frau? Und das können die ja auch sehr gut günst sagen, das können die aber auch zum Beispiel Hautärztinnen oder Hautärzte sagen. Eine Gynäkologin hat zu mir mal augenrollend und abwertend gesagt, dass Histamin nichts mit den Hormonen zu tun hat. Was ist deine Meinung dazu? Histamin-Intoleranz, zu viel Histamin, blablabla, können wir kurz machen, oder? Habe ich vorhin schon quasi indirekt erwähnt. Und nein, doch, Histamin hat tatsächlich Auswirkungen auf die Hormone und da kann jede Endometriose-Patientin ein Liedchen davon singen. Wir denken alle mal an den Endo-Belly, also wenn der Bauch so richtig aufgebläht ist bei der Periode. Da spielen auch die Histamine eine große Rolle und sie haben durch den H1-Rezeptor auch direkte Auswirkungen auf den Hormonstatus. Können wir also augenrollend zurücksagen. Mich würde interessieren, was wissenschaftlich zum Effekt von Agnus Castus, Münchpfeffer, zur Regulierung des Hormonhaushalts bekannt ist. Wie wirkt es und ja, wie? Schöne Frage, habe ich alles schon beantwortet in diesem Video hier oben. Du bist neu auf diesem Kanal. Nee, kein Problem. Kannst du dir gerne mal angucken. Ja, Agnus Castus hat wissenschaftlich erwiesen einen Nutzen bei bestimmten Krankheitsbildern und wie das genau funktioniert und welche Wege da gemacht werden von der Frucht des Keuschlamms. Das erzähle ich dir alles in diesem Video. Hallo, warum wird bei gegengeschlechtlicher Hormontherapie das Blut regelmäßig überprüft, aber bei Pilleneinnahmen nicht, obwohl die ja wirklich auch gefährlich sein kann und zum Teil das Risiko für Thrombosen erhöht und so? Viele Grüße, viele Grüße zurück. Also zur gegengeschlechtlichen Hormontherapie, da arbeitet man, jetzt weiß ich nicht welches Geschlecht in welches, arbeitet man in allermeisten Fällen mit bioidentischen Hormonen, zum Beispiel Testosteron. Das ist das körpereigene Testosteron und das kann man natürlich auch wunderbar dann im Blut oder auch im Speichel messen. Auch die bioidentische Hormonersatztherapie bei einer Wechseljahrespatientin wird so geprüft, ob da alles im Normbereich ist. Warum macht man das jetzt nicht oder selten bei Frauen, die eine Pille einnehmen oder den Vaginalring oder irgendwelche hormonellen Verhütungsmittel nehmen? Der Grundsatz dieser Verhütungsmittel ist, dass der eigene Zyklus lahmgelegt wird. Wenn ich eine Pille einnehme, werden meine Eierstöcke keine Funktion mehr haben. Das ist der Hintergrund. Wir wollen den Eisprung in den meisten Fällen verhindern. Wenn kein Eisprung stattfindet, findet auch keine Hormonproduktion statt. Nehmen wir mal das Progesteron. Das wird dann einfach nicht gebildet. Auch die körpereigenen Östrogener werden kaum bis gar nicht gebildet. Wenn du also eine Pille nimmst und ich nehme dir Blut ab, dann werde ich in den Blutwerten sehen, dass die Hormone ganz, ganz niedrig sind. Das ist aber auch rein logisch, weil du nimmst ja die Pille. Deswegen macht es auch wenig bis gar keinen Sinn, unter synthetischen Hormonen die eigenen Hormone zu checken. Denn die werden nicht gut dastehen. Und das ist auch der Grund, warum viele hormonelle Kontrazeptive, also Verhütungsmittel, auch Nebenwirkungen machen, weil die körpereigenen Hormone runtergefahren sind. Ja, auch das Thromboserisiko von diesen Geschichten, das ist jetzt wiederum auf diesen synthetischen Effekt dieser Hormone gemünzt. Aber viele, viele Nebenwirkungen, zum Beispiel auch Depressionen, können dadurch begünstigt werden, weil die körpereigenen Hormone fehlen. Wissen die meisten nicht. Wieso wird beim Erstellen des Hormonstatus eigentlich nicht geprüft, wo im Zyklus man sich befindet? Ist das nicht ein wichtiges Detail, um einzuschätzen, ob die Hormonlevel alle normal sind? Ja, das kann ich kurz machen. Das ist A und O. Also wenn ich einer Frau am Zyklusstag 21 Hormone abnehme und am Tag 3, dann habe ich komplett andere Werte. Also das kann man überhaupt nicht vergleichen. Deswegen ist das Erste die Frage, wo stehen sie im Zyklus? Manchmal muss man die Patienten neu einbestellen, weil sie jetzt gerade an Tag 21 sind und ich will aber Tag 3 bis 5. Das ist also ganz, ganz essentiell. Kann man eigentlich kurz machen. Brauche ich gar nicht lange rumlabern. Wie verhält sich der Hormonhaushalt, wenn man sich die Gebärmutter entfernen lässt? Das ist eine super Frage, weil viele werden jetzt denken, oh, die hat es nicht verstanden. Ist doch nur die Gebärmutter, die entfernt wurde. Hat doch nichts mit den Eierstöcken zu tun. Also um alle abzuholen, die Eierstöcke, das ist das, was viele Hormone produziert. Bei der Frau, die Gebärmutter hat eigentlich solche Funktionen nicht. Kleines Aber schwingt mit. Denn wenn man die Gebärmutter entfernt, kann es sein, das kann man operativ manchmal gar nicht gut feststellen, dass kleinste Gefäße dabei auch entfernt werden oder kaputt gemacht werden, die zum Eierstock führen. Und die sind so klein teilweise, dass man die auch gar nicht gut sehen kann. Es gibt natürlich große versorgende Gefäße, die sieht man, die vermeidet man natürlich auch zu verletzen. Aber die kleinsten Gefäße, die können schon zu einer Einbuße von 20 bis 30 Prozent der Eierstocksfunktion führen, wenn man die kappt. Also gibt es schon das Phänomen, dass wenn man eine Gebärmutter entfernt bekommen hat, dass man eine Zeit später in eine Art Wechseljahrsbeschwerden rutscht und man weiß überhaupt nicht, was los ist. Und früher haben die Günstler immer gesagt, nee, 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 das kann ja nicht sein. Wurde ja nur die Gebärmutter entfernt, das müssen sie sich einbilden. Mittlerweile weiß man doch, es können auch kleinste Gefäße verletzt werden, die vielleicht am äußeren Quadranten des Eierstocks da versorgt haben. Und wenn das wegfällt, dann fehlt dem Eierstock eben ein bisschen Funktion. Und das kann Probleme machen. Sind wir wieder bei den körpereigenen Hormonen, die Probleme machen. Ja, die Fragenrunden sind immer super spannend. Wenn dich interessiert Q&A zur Periode, darfst du dir gerne dieses Video mal anschauen. Ja, die Östrogendominanz, die habe ich heute sehr oft genannt. Dieses Video hier unten kann ich dir bestens und wärmstens empfehlen. Ansonsten lass mir doch bitte ein Abo da, dann weiß ich, dass diese Fragenrunden gewünscht sind. Und wir sehen uns in der nächsten Fragerunde wieder. Bis dahin viel Spaß und tschüss.